Der Dreck, der dann nachher ist? Ja... Ja... Was weiss denn ich? Weg ist er. Und ich weiss nicht einmal wohin. Aber weisst du... Aufallfern verkaufen sie die Kärcher wie gestört. Und das ist ja die Hauptsache. Dein Dorf oder dein Sportclub. Für eine richtige Strassenparty sorgt Rolf Schmid. Oh, voll sauber!